Das sind die drei besten Calypso. Calypso Salam Peach. Hier in den Pap. Prost. Mit Pfirsich kann man nicht viel falsch machen. Lecker. Calypso Triple Melon. Shake well. Geiler Pap. Riecht mal. Riecht gut, oder? Ich muss sagen, Calypso generell gefällt mir wirklich richtig gut. Sehr empfehlenswert. Calypso Pineapple Peach. Hat schon gut gepappt. Riecht sehr exotisch. Oh ja, ist geil. Peach schmeckt man hier ganz geil raus. Ist auch besser als Zitrone. Ist wirklich sehr lecker. Die ersten zehn Bestellungen kriegen ein Geschenk dazu. Seid also schnell.